Kann es wirklich sein, dass Frauen erfolgreicher sind auf YouTube? Was haben Frauen, was ich nicht habe? Ja, okay. Brüste. Was empfinden Sie, wenn Sie dieses Bild einer Frau betrachten? Da empfinde ich gar nichts. Absolut gar nichts. Nein, nein, ich will euch nicht anlügen, aber ich empfinde da nichts. Wie kann ich mit diesem wunderbaren Körper erfolgreich sein auf YouTube? Ja, mein Körper. Mein wunderbarer Körper. Was kann ich gut? Ich kann gut Videos schneiden. Ich kann gut mit Holz arbeiten. Aber was ich absolut nicht kann, ist Gitarre spielen. Was ich doch absolut nicht kann, ist Singen. You can dance, you can jive, having the time of your life. Uh, see that girl, watch that scene, taking the dancing queen. Das liegt mir einfach nicht. Ich kann es nicht, obwohl ich es in der Vergangenheit öfters mal versucht habe. Oh Nikita, you will never know Anything about my own I'll never know how good it feels to hold you Nikita, I need you so Das war es auch schon wieder von meiner Seite. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Am Rande bemerkt, unten in der Videobeschreibung, findet ihr einen Link zu Paypal. Ich bedanke mich und ich wünsche dir noch viel Sonne im Herzen. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.